Ein super Sportwagen als Boot. Hier flitzt ein echter Porsche über den See. Der Autohersteller schlägt neue Wege ein, baut jetzt auch luxuriöse Sportboote. Porsche-Fans mit dem nötigen Kleingeld können sich auf diesen Sommer freuen. In Kooperation mit der österreichischen Bootswerft Frauscher hat der Autoriese aus Stuttgart zu Fünhausen ein Elektrosportboot entwickelt. Das e-Phantom Powerboot ist knapp 9 Meter lang, knapp 2,5 Meter breit und 2,8 Tonnen schwer. Bietet Platz für 9 Personen mit einer Spitzenleistung von 544 PS und einem Topspeed von 85 kmh auf dem Wasser, hat es eine Reichweite von knapp 50 Kilometern. Bei normaler Reisegeschwindigkeit kommt es auch über 100 Kilometer weit. Der Preis 561.700 Euro, über eine halbe Million. Inklusive edles Design mit luxuriöser Ausstattung und viel Porsche Power und Porsche Technik. Zu Beginn sollen in einer exklusiven First Edition aber nur 25 Exemplare gebaut werden. Und so fiebern die Fans der Auslieferung des Porsche-Bootes entgegen.